Hallo, willkommen bei Percussion M. Heute habe ich euch eine Handpan der Firma Pan Amor mitgebracht. Eine D-Moll, schön gearbeitet, pentatonisch, lässt sich gut spielen. Natürlich auch von der anderen Seite. Und das ist ganz interessant, weil das hatte so ein bisschen Dabuka, Udo-Sound mäßig. Aber klar, von der anderen Seite. Und durch die Pentatonik, das ist einfach schön. Das macht einfach Spaß. Ihr könnt sofort loslegen. Müsst keinen Rücksicht nehmen auf die Tonanordnung. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Kommt vorbei, Percussion M. Ein tolles Instrument haben wir da zum Testen. Bis bald. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017